Herzlich Willkommen zur LinkedIn Show mit Datenschmutz. Die 27. Ausgabe steht heute am Programm und ich freue mich, einen ganz besonderen Gast heute hier begrüßen zu dürfen, nämlich Michael Bednorz, einen von mir sehr, sehr geschätzten Kollegen, LinkedIn-Berater, LinkedIn-Experte. Wir sind schon länger sozusagen auf LinkedIn-Lose in Kontakt und es war längst mal an der Zeit, dass wir beide uns ausführlicher unterhalten. Ich denke, das ist für alle von euch, die sich professionell mit LinkedIn-Marketing befassen, ein sehr, sehr spannendes Interview. Folgt in Kürze und im Übrigen ist diese Woche schon wieder eine ganze Menge passiert. Letzte Woche habe ich mich ja hier mit Dr. Margarita Mischewa unterhalten, ebenfalls sehr, sehr aktiv im Online- und Branding-Bereich. Und Michael Bednorz in Deutschland, das wissen gar nicht so viele, war früher auch auf anderen, beziehungsweise ganz besonders einer anderen Social-Media-Plattform aktiv, ist es immer noch, aber ich will da gar nicht zu viel verraten. Mehr dazu in unserem Interview. An dieser Stelle herzlich willkommen an alle, die dabei sind. Keine Ahnung, wie viele. Mittlerweile ist der Live-Counter sowohl am Tablet als auch am PC ausgefallen. Übrigens, die unübliche Sendezeit erklärt sich durch einen ausgesprochen erfreulichen Anlass. Morgen findet die Premiere unserer LinkedIn-Like-Boss Masterclass in Wien statt. Wir sind zu Gast bei Utel im Saturn Tower. Ich war gerade dort für sozusagen die letzte Location-Inspektion und war Getränke vorbeibringen. Ich freue mich sehr auf den Workshop morgen. Und im Anschluss an den Workshop gibt es dann morgen im Nike-Flagship-Store in Wien auf der Maria-Hilfer-Straße unseren LinkedIn-Apero, zu dem Sandra Ischi und ich laden. Also morgen mal ein Tag auch mit sehr viel Offline-LinkedIn. Bleibt dran, es lohnt sich. Am Ende der Show gebe ich noch die letzten sechs Plätze für den LinkedIn-Apero her. Der Eintritt ist gratis, die Gäste-Liste ist allerdings beschränkt, da wir nicht platzmäßig einfach begrenzt sind. Ich freue mich sehr, dass das Interesse so groß ist. Was erwartet euch? Auch das eine exklusive Ankündigung. Christian Spanik, Videoguru, Livestreaming-Experte, wird einen Vortrag halten, einen kurzen Vortrag, Impulsvortrag. Ihr wisst eh, es geht los um 19 Uhr und nach der Arbeit soll eher ein gemütliches Networking werden und mit ein paar kurzen Impulsen. Also Christian wird sprechen zu dem sehr, sehr spannenden Thema vom Ü-Wagen. Das ist in der Fernsehlingo kurz für Übertragungswagen zum Smartphone-Livestream. Christian kennt beide Welten. Auf den Vortrag freue ich mich also sehr. Wir werden dann morgen nach der Masterclass gleich mit unseren Teilnehmern zum LinkedIn-Apero rüberfahren. Also wie gesagt, wenn ihr morgen in Wien seid und Zeit und Lust habt, freue ich mich sehr, wenn ihr vorbeikommt. Ich habe mich mittlerweile auch darum gekümmert, dass es tatsächlich blaue Begrüßungsgetränke geben wird. Ich habe mich ja weit aus dem Fenster gelegen mit dem Ankündigungsbild. So, an dieser Stelle noch einmal herzlich willkommen an alle, die dabei sind. Und ich freue mich sehr über ein Like, über ein Hallo. Nutzt ruhig das Kommentarfeld. Tipp, 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 tipp. Wenn ihr Fragen habt, immer sehr, sehr gerne her damit. Eine Frage habe ich mir im Vorfeld dieser Sendung bereits selber gestellt bzw. gestellt bekommen bzw. ist mir die Antwort serviert bekommen. Man soll ja nicht fragen, wenn man die Antwort nicht vertragen kann. Wovon spricht er da schon wieder? Dazu gleich mehr in unserer mysteriösen Rubrik. Frag den Ritschi. Ich mag das Intro. Tja, warum Status Update wert? Wir sind hier doch nicht auf Instagram. Naja, who knows, who knows. O tempora, o mores oder wehret den Anfängen oder supportet die Anfänger. Ist das eine gute Sache, wenn man mit Status Updates Geld verdienen kann? Wie komme ich überhaupt auf diese Frage? Nun, die stellt sich sozusagen nicht aus dem Blauen oder aus dem Nichts heraus. Sondern es gibt einen ganz konkreten Grund bzw. eine neue Applikation, ein Service, auf die ich hier geschlossen bin. Ich habe auch gestern dazu ein Status Update gepostet, das ziemlich abgegangen ist wie Schmitz, sprichwörtliche Katze. Und zwar nennt sich dieses Service LinkAlice. Und LinkAlice ist das erste Account-Auswertungstool für LinkedIn. Wer bei Auswertung jetzt an Schild und Statistiken denkt, nee, nee, nee. Da geht es mehr darum, aufgrund von oder aus ein paar Kennzahlen eines Accounts auf dessen monetären Wert zu schließen bzw. auf den Wert, den ein Status Update da eben hätte, wenn denn jemand dafür bezahlen würde. Nun, Britta und ich heftig am Hin- und Herschreiben für morgen. Wenn denn nun jemand bezahlen täte, ist auf LinkedIn durchaus nicht so üblich. Mir sind allerdings bereits einzelne Postings untergekommen, die als bezahlte Werbung gekennzeichnet waren. Und zwar bei Celine Flores Wilkers, habe ich die gesehen heute. Wie auch immer, LinkAlice geht also her und schaut sich anhand von ein paar Faktoren an. Einer der Gründer hat dann auch kommentiert hier bei mir. Der Richard Pons, ist das, wenn ich den Namen im richtigen Kopf habe? Oder Richard Pons, Franzose, also ein französisches Start-up. Also, was macht? Kommentar finden, Kommentar finden. Oh Gott, die Redaktion ist heute wieder sehr, sehr schlecht vorbereitet. Schimpfen mit Bula und Capri, ein Leckerli wegnehmen. Da, ja, muss man suchen. Thomas Bons, Entschuldigung, Thomas Bons. Founder at Linkalice, gratuliert mich jetzt meiner hohen Bewertung. Und oben weiter, müsst ihr mir jetzt einfach glauben, schreibt er, dass eben Linkalice aufgrund einer Reihe von Faktoren, nämlich nicht zuletzt die immer sehr, sehr wichtige Engagementrate, natürlich die Zahl der Follower und, wenn ich das noch finden würde, es gibt dann noch Lexicology, eben aufgrund von ein paar Faktoren den eigenen Account bewertet. Hier seht ihr bei Christina Ruduna beispielsweise aus Zürich, sie hat 1220 Follower, eine Engagementrate von 2,21% pro Post. Und das würde in der Terminologie von Linkalice 249 Dollar pro Posting dann wert sein. Wie gesagt, erinnert ein bisschen an Cloud. Solche Systeme sind natürlich immer recht beliebig, beziehungsweise liegen da bestimmte Annahmen zugrunde, wie viel denn Reichweite oder Interaktion wert wäre. Selbstverständlich konnte ich nicht umhin, auch meinen eigenen Account zu analysieren. Und zwar, so ein Linkalice-Profile sieht dann eben so aus, ich mit meinen 14.000 Followern und 0,21% Engagementrate, die übrigens nicht stimmen, ich habe es nochmal mit Shield abgeglichen. Bei Shield waren es bei mir in den letzten zwei Wochen 3,03%. Ich weiß nicht, ob hier die Gruppenpostings mitgezählt werden. Wären also 222 Dollar, man sieht hier die Performance der letzten Postings, dass ich durchschnittlich alle 16 Stunden poste, was meine Skills sind und die Lexicology, die errechnet, beziehungsweise dieser Deck-Cloud stellt sich hier wohl offenbar zusammen aus den Wörtern, die auf dem Profil vorkommen, offenbar keine Stop-Listen integriert, weil das häufigste Wort hier ist. Und dann gibt es dabei die Im-Für-Von-Mit-Das-Klassiker, wenn man diese Füllwörter nicht exkludiert, dann bestehen solche Deck-Clouds natürlich immer aus Füllwörtern. Man muss diese Bewertung mit anderen Worten meiner Ansicht nach jetzt auch tatsächlich nicht rasend ernst nehmen, aber sie wirft tatsächlich einige ganz, ganz interessante Fragen auf. Nicht zuletzt, entwickelt sich LinkedIn tatsächlich in Richtung Instagram-Ökosystem, wird es in einem halben Jahr, in einem Jahr ganz, ganz normal sein, Influencer dafür zu bezahlen, Postings zu veröffentlichen. Wir lassen uns überraschen. Schauen wir mal. Ich denke allerdings, so wie LinkedIn funktioniert, wird es sehr, sehr schwierig sein, analog zu Instagram, große Reichweiten mit Eye-Candy-Content aufzubauen oder mit Inhalten, die eben einfach augenfreundlich sind. Bei LinkedIn geht es immer um den Mehrwert und um Business-Inhalte für die eigene Zielgruppe. Und wenn wir jetzt an den Ansatz des Social Selling denken, das, was Britta, Marina, Thomas, Irene und so weiter und ich hier verfolgen auf der Plattform, dann passt das wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut zusammen mit bezahlten Postings. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, so wie da draußen in der richtigen großen Influencer-Welt auf Instagram könnte man das Ganze natürlich auch so sehen, dass man eben sagt, naja, sofern das beworbene Produkt wirklich eine Mehrwert für die Zielgruppe liefert, ist das schon okay. Und damit sind wir dann auch gleich wieder bei der alten Influencer-Diskussion. ist zu viel, zu viel. Ich kann nur sagen, diese Entscheidung muss ohnehin jeder selber treffen. Bei mir werdet ihr in absehbarer Zeit nicht so schnell ein mit Advertisement oder Werbung oder Sponsored Post gekennzeichnete Status-Update am Account finden. Right? Unser Sendungstache. Lil Rico und damit höchste Zeit, dass wir zum ersten Teil des Interviews mit Michi Bednotz kommen. An dieser Stelle nochmal Danke an alle fürs Dabeisein. Ich freue mich rasend, wenn ihr beinhart eiskalt einen Kommentar absetzt oder auf den Gefällt-mir-Button klickt, hämmert, mir ist alles recht. In diesem Sinne, herzlich willkommen im Studio, Michael Bednotz, ein von mir sehr, sehr geschätzter Kollege. Lieber Michi, herzlich willkommen. Freut mich, dass du heute bei mir in der Show zu Gast bist. Du bist LinkedIn-Berater, LinkedIn-Experte, hast aber auch schon ein digitales Vorleben. Was ist dein Background? Wo kommst du her ausbildungsmäßig? Und wie ist es so weit gekommen, dass wir uns auf LinkedIn kennengelernt haben? Also erst einmal vielen Dank, Richi, für die Möglichkeit, hier in deinem Podcast beziehungsweise hier in diesem Interview dabei sein zu dürfen. Und zwar mein Background. Ganz klassisch, Abitur, dann eine Ausbildung mit Schwerpunkt Marketing gemacht und parallel dazu von 2015 bis circa Ende 2017 war ich recht erfolgreich, meine Verhältnisse, jeder definiert ihr Erfolg anders, auf Instagram tätig. Ich war einer der bekanntesten männlichen veganen Foodblogger in Deutschland mit echten 35.000 Abonnenten. Früher waren, also 2017 waren noch 35.000 Abonnenten, hatten einen deutlichen Mehrwert als heute. Ich glaube, wenn ich auch weitergemacht hätte, hätte ich circa heute, wenn alles so weitergelaufen wäre, so circa 150.000 Abonnenten. Und ich habe Ende 2017, Anfang 2018 beschlossen, das nicht mehr weiterzumachen. Und durch diesen Instagram-Kontext habe ich gelernt, was es heißt, auf Social Media aktiv zu sein. Das heißt, ich lebe selbst seit fünf Jahren Social Media, habe mich seit fünf Jahren mit dem Thema Social Media, ganz wichtig, Psychologie dahinter. Social Media ist Psychologie, wenn man versteht, wie die Algorithmen funktionieren, wenn man versteht, wie der Mensch interagiert auf den jeweiligen Plattformen, weiß man, wie man selbst interagieren sollte und damit umgehen sollte, welche Inhalte relevant sind und, und, und. Und damit beschäftige ich mich seit fünf Jahren. Und seit 2017 bin ich selbstständig und hatte immer schon einige Kunden im Bereich Social Media. Das heißt, ich habe Instagram-Beratung getätigt, Instagram-Consulting, Workshops, Agenturdienstleistungen. Ich hatte ein kleines Netz an Freelancern, habe es heute immer noch, die für mich Kundenprojekte abbilden. Das heißt, ich arbeite teilweise mit Kunden seit über eineinhalb Jahren zusammen. Und ich war auch schon als Dienstleister auf LinkedIn, wo noch die wenigsten Menschen über LinkedIn gesprochen haben. 2018 bereits. Und Ende 2018 habe ich mir die Frage gestellt, Hey, Michael, was macht mir denn den meisten Spaß und wo siehst du das größte Potenzial, den meisten Mehrwert und den größten Mehrwert für meine Kunden zu schaffen? Und darum habe ich mich Ende 2018 dafür entschieden, mich voll und ganz auf LinkedIn zu fokussieren. Ja, ich hatte immer noch Engagements, wo vielleicht mal wirklich ein Freund von einem Freund mir ich empfohlen hat und ich sollte mal noch einen Instagram-Workshop oder einen Social-Media-Workshop halten, Strategie oder Consulting. Das habe ich dann noch gemacht, um den jeweiligen Kunden bestmöglich zu betreuen. Jedoch der Fokus liegt seit circa eineinhalb Jahren ausschließlich auf LinkedIn. Und was genau mache ich dort? Ich betreue Unternehmen und Personal Brands, um sich einen Online-Vertriebskanal zu schaffen. Und warum sage ich auch das Thema Online-Vertriebskanal? Warum hebe ich das auch so hervor? Weil meiner Meinung nach, und das ist auch hoffentlich einer der Kernpunkte heute, über die wir sprechen oder die wir über gerne sprechen, sollten uns das Thema Kontext denken. Und zwar, es geht auf LinkedIn meiner Meinung nach nicht darum, sein Profit zu optimieren. Es geht nicht darum, einen Inhalt einmal im Monat zu veröffentlichen. Da bist du der Experte drin, das weißt du sicherlich. Es geht darum, zu verstehen, was notwendig ist, um seine Zielgruppe, erstens die Aufmerksamkeit seiner Zielgruppe zu bekommen und, 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 und. Und darum ist dieses Thema Online-Vertriebskanal mir so wichtig und meinen Kunden nahe zu bringen, damit sie die Dinge im Kontext sehen. Damit die nicht nach einem Beitrag, ohne optimierten Profil, ohne Strategie und, 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 sich fragen, warum das Ganze nicht funktioniert. Absolut, absolut. Also bei mir ist dann oft so in den Workshops so ein Wow-Effekt oder so auf die Leute schauen und betreten, wenn ich erkläre, wie die Inhalte, die man postet und das eigene Netzwerk auch zusammenhängen. Also das brauchen wir nicht zu übersprechen. Aber weißt du, wenn du postest für Rechtsanwerte und bist mit lauter Konditoren vernetzt, dann wird es schwierig jetzt einfach. Ja, Kontextdenken bin ich ja nicht sehr gut begriffen dafür. Ja, absolut. Und sag mal, wie heißt der Instagram-Account, den du früher gemacht hast? Der heißt heute so wie meine Personal Brand, wie mein Name. Ah, okay, okay. Genau. Früher, ich hatte, ich hatte einen Namen oder meine Freunde nennen mich Michi und mein Instagram-Account hieß früher Michi Lifestyle, mein Lifestyle. Und durch meine Präsenz, durch meine Art, die Bilder zu machen, ich hatte einen ganz bestimmten Stil, hat sich auch ein Hashtag kreiert, und zwar Michi Lifestyle. Und da haben plötzlich die Menschen meine Bilder, meine Rezepte nachgekocht. Das war so 2017 der Fall. Wow, das ist aber, das ist doch das Coolste, was passieren kann, wenn man merkt, dass ich das verselbstständige. Ah, okay, du brauchst jetzt jetzt LinkedIn-Sachen drauf. Und du hast, ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass du dich vegan ernährst, oder? Nicht mehr. Nicht mehr? Das habe ich vier Jahre gemacht. Ja. Ich ernähre mich nicht mehr vegan, weil ich für mich selbst, ganz wichtig, jeder soll das machen, was es für richtig hält. Ich habe mich dafür entschieden, mich selbst nicht in eine Schublade zu schmeißen, in dem ich sage, ich ernähre mich vegan, sondern ich ernähre mich bewusst. Und wenn es immer noch zu 98 Prozent vegan ist, nice, amazing. Aber mir geht es, genau, das sind die Bilder. Du siehst, der Michi Lifestyle, das waren die Streifen. Die Streifen. Komm mal weiter runter, genau, siehst du? Geile, wow, Hammer. Und das war mein Thema, mein Thema war, so bin ich zum Thema Social Media gekommen, einfache vegane Ernährung, dass jeder der Gerichte, die ich dort kommuniziert habe, hat nicht länger als 15 Minuten gedauert, um den Menschen auch zu zeigen. Das ist mein, ich hole ein bisschen aus, ich hoffe, das ist in Ordnung. Da habe ich eine Sache verinnerlicht und gelebt, die Dinge einfach zu tun. Andere Foodblogger haben zwei Stunden pro Bild gebraucht. Ich habe mit meinem Samsung Galaxy S7 mit einer nicht so Hammerqualität wie die teuren Spiegel-Flex-Kameras für 2000 Euro mehr. Und ich habe 15 Minuten pro Bild gebraucht und hatte ähnlichen Erfolg. Und da habe ich verinnerlicht Prozesse, da kannst du mir gerne mal gleich dein Feedback dazu geben, Prozesse heute den Unternehmen und den Personal Brands so einfach wie möglich mitzugeben. Weil dann wird es umgesetzt und wenn es kompliziert wird, wird es nicht umgesetzt. Oder was sind deine Erfahrungen da? Hundertprozentig meine Erfahrungen. Ich finde, dass du diesen Ansatz spürst und merkt man auch sehr stark bei dem, was du postest. Deine Postings sind immer sehr klar aufs Wesentliche reduziert, ohne viel Primorium rum. Das ist eigentlich etwas, das ich sehr schätze. Ich halte auch nicht zum Beispiel, das ist ein Teil davon, von optimalen Social-Media-Längen-Empfehlungen oder so. Ein Posting ist halt so lang wie das, was man sagen muss. Das kann sehr kurz sein, das kann aber auch mal an die 1200 Zeichen oder was es sind ankratzen. Ja, super Punkt. Genial, weil darum geht es doch. Menschen suchen meiner Meinung nach zu oft nach klaren Rahmen. Und ja, es ist wichtig, in manchen Bereichen sich einen Rahmen zu schaffen. Und zugleich, wie du es gesagt hast, wenn du etwas zu sagen hast und es ist total relevant für die Menschen, die ich erreichen möchte, dann spielt es keine Rolle, nur weil irgendein Guru sagt, du darfst nicht länger als drei Minuten auf LinkedIn ein Video hochladen. Dein Video geht fünf Minuten lang und ist extrem informativ und relevant für meine Zielgruppe. Da gibt es ganz viele Menschen da draußen, die bestimmt dann sagen, weil jemand ein Guru gesagt hat, das darf ich nicht. Darum poste ich das nicht. Und das ist meiner Meinung nach eine Chance, die Menschen sich nehmen oder wie sie es tun lassen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Es ist ja wirklich, ich kann es fast nur runterbeten, immer Zielgruppenorientierung. Es heißt ja, im Marketing oder auch im UI-Design spricht man dann von User-Centricity oder Customer-Centricity. Das geht relativ leicht über die Lippen, aber praktisch umzusetzen. Und was ich mir dazu auch immer denke, so wie du gesagt hast, bei LinkedIn kommt es auf die Psychologie an, warum kommunizieren Menschen, welche Inhalte interessieren sie? Diese Plattformen sind ja wirklich einfach bedienbar. Also wer eine E-Mail schicken kann, der ist auch in der Lage, ein Foto hochzuladen. Da kann man ein bisschen, das ist auch enden wollen. Man kann erklären, was kann man optimieren und Postings und so weiter. Aber es kommt immer nur darauf an zu wissen, welche Inhalte für die Zielgruppe relevant sind. Und wenn ich eine sehr spezifische Branche bediene und da gibt es halt in meinem Einzugsgebiet 50 Unternehmen, wenn ich da einen Großteil davon erreiche, dann ist halt das der KPI und in keinster Weise, wie oft mein Profil ins Suchen auftaucht. Absolut. Und ich merke auch, ich komme ja doch recht stark aus der SEO-Ecke. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich sehr viel mit SEO angefangen. Und diese Denkweise von Nische, Keywords, Longtail-Keywords und so weiter, die ist auf LinkedIn sehr, sehr hilfreich, wenn es darum geht, die passenden Hashtags auszuwählen. Aber auch, wenn du dir klar machst, für wen du eigentlich kommunizierst. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr ähnlicher Meinung. Das ist mir auch, wie gesagt, bei deinen Inhalten aufgefallen. Und Gegenfrage von mir an dich, wie handelst du das? Eine Sache, die ich seit meiner, oder wahrscheinlich einer der größten Fehler in meiner Selbstständigkeit. Ich schreibe seit 2006 einen Blog. Und ich glaube, ich habe das die ersten Jahre, so blöd das auch klingt, in erster Linie für Konkurrenz, für Agenturen geschrieben. Und teilweise Artikel, die viel zu sehr ins Detail gehen, aber gar nicht da sind, was meine Kunden interessieren. Das ist etwas, das ich auch lernen musste für mich selber. Und das ist oft, da neigt man auch oft dazu, zu sehr auf die eigene Meinung oder Interessen zu hören und zu wenig auf die der Zielgruppe. Was meinst du dazu? Geiles Beispiel. Erst einmal total mutig, dass du da so ehrlich hier kommunizierst. Und ich hatte das große Glück, mit dem Instagram-Account jeden Tag selbst verstehen und umsetzen zu lernen, was es heißt, zielgruppenorientiert zu handeln. Weil es ist egal, was du tust, es ist ein Test and Learn. Und die Bilder, die du gerade gezeigt hast, das war ein Ergebnis von eineinhalb Jahren ausprobieren, um dann zu schauen, was wirklich am besten performt und zugleich am meisten mir Spaß gemacht hat. Das heißt, es ist immer ein Prozess. Und der Grund, warum ich das, glaube ich, sehr schnell verinnerlicht habe, liegt daran, weil ich jeden Tag Feedback bekommen habe. Ich habe teilweise zweimal am Tag gepostet, über zwei Jahre hinweg. Jeden Tag mich selbst gechallenged, jeden Tag die Disziplin mitgebracht, trotz stressigen Alltags, trotz Jobs, trotz Freunden, blabiblob, trotzdem meine ein bis zwei Postings zu machen. Und da habe ich halt gelernt, wie wichtig es ist, auf Dinge zu achten, wie meine Zielgruppe interessiert. Ich hatte das Glück, das sehr, sehr schnell selbst verinnerlicht zu haben. Jedoch ist es echt kein einfaches Ding, aus seinem eigenen Denken herauszugehen und sich bewusst zu machen, wie denkt die Zielgruppe, wie handelt die Zielgruppe, was ist dir die Zielgruppe wichtig, mit welchen Worten beschreibt die Zielgruppe ihr Problem als der wichtigsten Punkte, mit welchen Worten beschreibt die Zielgruppe nicht du selbst dein Problem. Und wenn du das schaffst, herauszufinden und daraus Inhalte zu transportieren, deine Strategie zu entwickeln, dein Profil zu optimieren, schaffst du eine Sache, das sage ich meinem Kunden immer. Deine Inhalte schaffen Aha-Momente, dass dein Kunde sagt, aha, das ist genauso bei mir, er hat die Lösung für mein Problem genannt, er ist relevant für mich, ich will mich mit ihm vernetzt, beispielsweise. Das ist aber ja letztendlich wirklich derselbe Prozess oder Mechanismus, ob du professionell einen Instagram-Account für eine Zielgruppe betreibst, die sich vegan oder zum Teil vegan ernähren will oder ob du auf LinkedIn für eine Kunden arbeitest. Mir ist etwas aufgefallen, das fand ich sehr zutreffend. Ich finde, das passt auch generell zu deiner Redeweise und Kommunikationsart. Auf deinem Profil hat einer deiner Kunden sowas in der Art geschrieben bei den Empfehlungen, also ich sehr schätze wegen deiner ruhigen, sachlichen und sehr kompetenten Art. Du bist kein Marktschreier. Wir sind beide nicht die Art von Coaches, die die ersten 1000 Kunden und die ersten 100.000 Euro ihnen nach sechs Wochen versprechen. Aber da gibt es schon sehr viel, ich sage mal, recht hochgegriffene Versprechen in letzter Zeit, oder? Ich nehme das erst einmal, ich sehe das ähnlich wie du, dass wir, glaube ich, sehr viele Parallelen haben in unserem Denken, in unserem Handeln. Das sieht man auch definitiv von deinem Profil. Und danke dir für dein Feedback. Und ich nehme das gar nicht so wahr, was andere Menschen tun. Ich finde es lustig, immer wieder auf LinkedIn zu lesen, dass täglich Menschen Anfragen bekommen von diesen sogenannten tollen Gurus und Coaches. Ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich selbst LinkedIn-Marketing-Berater bin, ich habe noch nie so eine Anfrage bekommen. Du vielleicht? Zweimal insgesamt. Okay, aber ich glaube, das liegt daran. Nein, ich denke mir das auch immer, ganz genauso. Aber auch nicht aus anderen Bereichen. Ich meine, es gibt ja nicht nur Online-Marketing-Berater, auch sonst so. Das Einzige war, aber da habe ich drei Tage lang hin und her geschrieben, weil ich einen schönen Test-Case für meinen Vortrag brauche. Da wollte mir jemand ein Cloud-Blockchain-Investment verkaufen. Und das war ein klassisches Gespräch. Also so quasi, nein, danke, kein Interesse. Aha, sie wissen nicht, was Blockchain ist und so. Das war ganz sweet. Aber normalerweise habe ich das auch überhaupt nicht. Genau wie bei dir. Spannend. Und um auf deine Frage zurückzukommen, dadurch, dass ich, jeder Mensch soll das machen, was er für richtig hält. Und ich versuche mich auf die Dinge zu fokussieren, die mit meinen Werten und mit meinen Dingen, die mir wichtig sind, übereinstimmen. Und ja, ich kann meine kostbare Zeit und meine kostbare Aufmerksamkeit natürlich auch auf Menschen richten, die vielleicht nicht so das tun, was ich für richtig halte. Und das mache ich. Und das soll jeder selbst entscheiden, was er tut. Ich fokussiere mich lieber auf Menschen. Weil wenn ich zehn Minuten einen Puffer habe um meinen Kalender, ich bin halt sehr strukturiert. Und wenn mein Kalender mir sagt, zehn Minuten LinkedIn-Zeit, gehe ich lieber auf dein Profil, lieber auf das Profil von der Britta, lieber das Profil von der Irene und, und, und. Und investiere meine Zeit, um euch zu supporten und zu unterstützen. Und darum, wenn ich ehrlich bin, nehme ich das gar nicht so wahr. Jedoch gibt es das wahrscheinlich. Und dadurch, dass viele Menschen darüber reden, glaube ich schon, dass das ein großes Problem ist. Warum? Weil Menschen derzeit verwirrt sind, habe ich das Gefühl. Menschen sind verwirrt aufgrund des Informationsüberflusses, haben wir kein Informationsproblem, sondern ein Verständnisproblem. Und ich glaube, daran liegt das auch, warum viele Menschen das so wahrnehmen und damit auch struggeln, weil sie bekommen ganz viele Informationen und sie wissen nicht, was ist jetzt richtig. Sie können nicht im Kontext denken und verstehen auch manche Dinge nicht und, und, und. Und, das will auch niemandem zu nahe treten. Nur, ich glaube, es ist ein Verständnisproblem und kein Informationsproblem mehr im Jahr 2020. Wie siehst du das? Da bin ich auch hundertprozentig bei dir. Und es ist teilweise auch der Fehler, sozusagen, wirklich mit einem strukturierten Trial and Error zu arbeiten. Mir ist letztens ein echt kuriles Posting untergekommen, da ist sinngemäß ungefähr gestanden. Ich habe es ja schon gewusst, wenn man in einer LinkedIn-Gruppe mit mehr als tausend Mitgliedern was reinpostet, und das kriegt innerhalb von, ich glaube, 48 Stunden waren es mehr als 17 Likes, irgendein random arbitrary number hier, dann wird dieses Posting, da werden die Gruppenmitglieder alle informiert über dieses Posting. Und ich bin dann da gesessen und habe mir gedacht, how the fuck? Und dann ist mir klar geworden, das ist ihm passiert, vielleicht einmal, weißt du, du kennst ja, in Gruppen gibt es ja diese Notification-Funktion, die kann der Admin einmal die Woche nutzen. Vielleicht ist ihm einmal passiert, vielleicht zufällig zweimal, was weiß ich. Und dann leitet man halt eine allgemein gültige Regel daraus ab. Das ist eigentlich genau das, was du sagst. Das ist keine Information, sondern ein Verständnisproblem und fehlendes Kontextdenken. Hallo René, herzlich willkommen. Danke fürs Zusehen. Hallo an alle Zuseher an dieser Stelle. Immerhin leben wir Livestreamer ja vom Feedback unserer Zuseher. Es gibt da anscheinend durchaus die eine oder andere Parallele zwischen Michael und mir. Ich hatte zwar nie einen Food-Account auf Instagram, habe aber früher auch recht viel über Essen auf meinem Blog geschrieben. Dass ich das nicht mehr tue, liegt offensichtlich eher weniger daran, dass ich nichts mehr esse, sondern mehr an der Zeit. Aber ich versichere euch, General St. Luans Pineapple Pork ist immer noch einer der All-Time-Klassiker und einer der meist aufgerufenen, meiner der meist aufgerufenen, aufgerufenen, denn wäre doppelt der Superlativ, geht nicht. Geht nicht. Also einer der meist aufgerufenen Beiträge auf meinem Blog. Scharf, süß und schweinisch. General Zang Luan ist übrigens eine Erfindung meinerseits. Zang Luan bedeutet Datenschmutz auf Chinesisch. So viel dazu. Wie bereits erwähnt, ich freue mich rasend über Kommentare und Likes. Und damit kommen wir zum zweiten Teil des Interviews mit Michael Bednorz. Enjoy. Ich habe bei dir im Profil noch was gefunden. Du machst, du bist bei BG3000 Referent für Social Media und machst da in ganz Deutschland Vorträge an Schulen zu Digital Media Literacy. Worum geht es da dabei? Cool, dass du das ansprichst. Und zwar durch mein Instagram-Profil wurde das Unternehmen, die BG3000 aus Bonn, auf mich aufmerksam. Und ich gebe seit zweieinhalb Jahren Workshops in Schulen zum Thema Digitalisierung, zum Thema Internet, zum Thema Internetsucht, Internetprävention, das Thema digitaler Stress und, und, und. Und das ist so ein Herzensding. Damit gehe ich auch in der Regel nie öffentlich raus, weil es einfach ein Herzensthema ist, junge Menschen zu sensibilisieren und ihnen bewusst zu machen, den Spiegel vorzuhalten, hey, wenn du so weitermachst, kann das echt große Probleme ergeben. Weil ich dadurch, dass ich zweieinhalb Jahre in diese Instagram-Welt eingetaucht bin und ich mir auch in der Zeit ein sehr großes Netzwerk an Influencern aufgebaut habe, weiß ich, habe ich das Gefühl zu wissen, wie in der Regel sich so ein Influencer fühlt und wie so die andere Seite ist. Ich habe beide Rollen eingenommen und darum erreiche ich, glaube ich, auch die Schülerinnen und Schüler in den Workshops. Ich mache das seit zweieinhalb Jahren. Ich habe mit tausenden von Schülern gearbeitet in den letzten zweieinhalb Jahren, deutschlandweit. Und ich weiß, wie die sich fühlen und darum kann ich die auch berühren und erreichen, weil ich beide Seiten kenne. Ich bin halt niemand, der sich drei Instagram-Bücher durchgelesen hat und aus der Theorie Instagram kennt, sondern ich habe es gelebt und ich lebe es jeden Tag, Social Media, LinkedIn. Ich lebe es jeden Tag und darum glaube ich, dass ich die jungen Menschen damit auch sensibilisieren kann. Und ja, das ist so ein Herzensthema von mir. Super Sache und auch natürlich eine Zweiweg-Angelegenheit, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass man da selber auch einiges lernt in Gesprächen und Diskussionen. Mir ist jetzt so gegangen, du bist ja doch ein paar Jährchen jünger als ich und ich mache an der Uni Wien die Social Media Einführungsvorlesung und da ging es unter anderem auch um das Thema Influencer und da musste ich natürlich auch ausgiebig recherchieren und dann war ja vor kurzem noch dazu die Sache mit dem Rezo, mit dem CDU-Video, das er gepostet hat und ich bin dann die letzten Wochenenden, glaube ich, zehn, zwölf Stunden lang hängen geblieben bei Rezo, Andy the Duck und ein paar dieser deutschen Influencer und muss jetzt sagen, ich hatte da so ein bisschen ein verzerrtes Bild von Baby's Beauty Palace. Das ist super cool, was die machen. Die produzieren das Zeug auf einem extrem hohen Level. Man kann als Content-Prouser irre viel lernen von dem Typen. Ich bin ja wirklich ein Rezo-Fan. Ja, lol, ey, ist wirklich der beste Zweitkanal ever. Sehr, sehr geil. Schau da uns an Rezo an dieser Stelle. Also ich war wirklich baff. Ich habe mich super gut unterhalten gefühlt und das ist so, das ist schon erstaunlich, was die machen. Ich finde, das wird auch ein bisschen runtergemacht, dass sie halt ein paar Leute Dinis haben und für Geld alles machen. Ich glaube, dieser Eindruck zerschlägt sich sehr schnell, wenn man da ein bisschen näher reinschaut. Habe ich auch mir im Nachhinein vorgeworfen, dass ich mich nur recht oberflächlich damit befasst habe. Spannend. Und schau mal, was ich echt wirklich geil finde an deiner Kommunikation. Du bist richtig ehrlich, gerade hier in diesem Call und sagst Dinge von dir, die ja auch ein bisschen tiefer gehen. Also erst einmal klasse Feedback von meiner Seite. Und definitiv stimme ich dir dazu, dass leider, und ich mache es auch, wir besonders in Deutschland, ich will jetzt niemanden, nicht die Deutschen in eine Schublade schmeißen, jedoch ist es in der Regel so, in der Regel nicht alle, aber einige, die bilden sich ganz schnell eine Meinung auf Basis anderer Meinungen. Ich bin ein Freund davon, sich seine eigene Meinung zu bilden und nicht den Satz verstehen, sondern diesen Satz leben. Du willst wissen, ob ein Influencer kompetent ist, bilde dir deine Meinung, indem du mal zwei, drei Stunden, wie du es hervorragend gemacht hast gerade, das war das Beispiel. Du hattest eine Meinung, vielleicht nicht aufgrund von Fakten, sondern auf einer anderen Meinung, hast du deine eigene Meinung gebildet und sagst, fuck, stimmt, das ist doch anders und jetzt hast du deine eigene Meinung. Und das meine ich, das ist halt so wichtig, auch bezogen auf LinkedIn, sich seine eigene Meinung zu bilden. Im besten Fall holt man sich einen Coach rein, der mir zeigt, wie es funktioniert, um dann ganz gezielt auf einem Fundament meine eigene Meinung mir bilden zu können. Und nur weil jemand sagt, LinkedIn ist relevant oder Instagram ist relevant. Letztes Jahr fand ich, gab es so eine Welle, dass jedes oder viele Unternehmen gesagt haben, Instagram, jeder ist auf Instagram, ich muss auch auf Instagram, obwohl Instagram gar nicht relevant für mich ist. Und das ist halt so ein Grundding, sich erstmal die Vorarbeit, die Vorarbeit zu machen und sich fragen, welche Ressourcen habe ich, wenn ich ein Unternehmen bin, welche Ressourcen habe ich, wo ist meine Zielgruppe, welche Plattform gibt mir die beste Möglichkeit, diese Zielgruppe ganz wirkungsvoll und gezielt und genau zu erreichen und dann seine Social Media Plattform auswählen und nicht auf Basis der Dinge, die andere Menschen machen. Ganz wichtiger Punkt und noch eines, das wirst du, schätze ich, auch erkennen aus deiner Beratungstätigkeit, aus deiner Arbeit. Das finde ich sehr spannend an Social Media und ganz besonders an LinkedIn, dass das die Unternehmenskultur auch vor Herausforderungen stellt oder anders gesagt, je hierarchischer und kontrollorientiert ein Unternehmen funktioniert, desto schwieriger wird es, diese Netzwerke wirklich gut zu verwenden, weil ja die eigenen Mitarbeiter da immer einen ganz, ganz, sieht man bei Daimler, die haben ja ihr Corporate Influencer Inhouse Programm laufen, Unternehmen, da ihre Mitarbeiter, die mit positiver Motivation, mit Coaching arbeiten, das erfordert halt auch Fehler und Toleranz letztendlich. Bevor ich irgendwas falsch mache, mache ich es halt nicht. Kann man tun, ist aber nicht ganz adäquat und da ändert sich auch viel in Sachen, ja, das Schlagwort heißt New Work, aber das ist alles sehr, hängt sehr mit Social Media zusammen, meinem Empfinden nach. Das hat definitiv, super Punkt, geiles Beispiel Daimler und es gibt da noch einige weitere Beispiele, die einfach zeigen, dass Mindset und Rahmen geben einfach entscheidend ist, in welche Richtung sich ein Unternehmen entwickelt. Wenn du deinen Mitarbeitern nicht einen Rahmen gibst, wo Fehler toleriert werden, werden sie nicht zugeben in der Regel, dass sie Fehler gemacht haben. Ganz wichtiger Punkt. Ja. Und das Unternehmen ist das Gesicht des Unternehmers und repräsentiert den Unternehmer und es geht halt von oben nach unten und es ist halt wichtig zu verstehen, wenn du eine Veränderung durchführen willst, reicht es halt nicht, wenn du eine kleine Abteilung umswitcht und 80 Prozent des Unternehmens anders denkt, handelt, fühlt und darum ist es wichtig, wenn dann immer ganzheitlich zu denken und jetzt kommen wir wieder zu so einem Thema Kontextdenken. Es reicht halt nicht, wenn ein Mitarbeiter ein bisschen LinkedIn macht, um dann zu sagen, dann sagt der Unternehmer, hey, wie viele Leads hast du generiert? Ja, null. Ja, okay. Wenn niemand mitmacht, du weißt nicht wie, sondern es irgendwie machst, ja, irgendwie entsprechen meist in der Realität null Ergebnisse. Ja, also ich glaube, da sind wir uns beide wirklich sehr einig. Also das bestätigt auch. Geht es dir auch manchmal so, dass man den Eindruck hat, dass man Leute eigentlich recht gut kennt, mit denen man nur online zu tun hatte? Also nebenbei, Köln steht sowieso fix am Programm. Leider, leider. Ihr habt eure Locals ja immer am Mittwoch und ich habe immer am Donnerstag meine Vorlesung, aber da gibt es sicher auch eine andere Liegenheit. Falls es sich mal auf Wien verschlägt, natürlich würde ich mich auch sehr freuen. Aber, Michi, zum Abschluss eine Frage, die ich allen Interviewgästen stelle. Erzähl uns irgendwas über dich, das dein LinkedIn-Netzwerk nicht weiß oder zumindest der Großteil deines LinkedIn-Netzwerks nicht über dich weiß. Bezogen auf was? Was immer du möchtest. Beruflich, persönlich, anekdotisch, ganz, ganz egal. Was ist auch relevant? Und zwar, ich würde schon sagen, das Thema Instagram, ich glaube, die allerwenigsten Menschen, weil ich es einfach auch nicht kommuniziere, nicht aufgrund irgendeines Sinnes, sondern grundsätzlich, dass ich diesen Instagram-Kontext habe und aufgrund dessen das Gefühl habe und der Meinung bin, dass ich Menschen bezogen auf LinkedIn, Unternehmen oder Personal Brands noch anders erreiche, weil ich Social Media seit fünfeinhalb Jahren lebe, ähnlich wie du, noch viel länger, noch viel gezielter mit noch mehr Erfahrung. Ich glaube, deswegen erreiche ich auch die Menschen tief und sorge dafür, dass sie in die Umsetzung kommen mit einer klaren Strategie. Und darum, was ich teilen möchte, ist gerne mein Instagram-Background. Ich habe Instagram gelebt, jeden Tag. Ich war wirklich sehr, sehr lange pro Tag auf Instagram, was weder gut noch schlecht ist. Also es war einfach so, das will ich jetzt nicht beurteilen. Nur aufgrund dessen weiß ich, warum jemand heute auf Instagram so lange ist, weil ich selbst sehr lange pro Tag auf Instagram war und auf der anderen Seite war. Darum, das würde ich gerne einfach mal teilen. Die andere Seite kenne ich sehr gut, um heute auch die Gefahren und die Glaubenssätze der Menschen, die heute sagen, ich will mit LinkedIn loslegen, schon gut zu kennen und da auch gezielt helfen zu können. Das würde ich einfach gerne teilen. Also den Background, den ich wenig bis gar nicht kommuniziere. Und dieses Herz, jungen Menschen, das Thema Social Media, näher zu bringen und sie zu sensibilisieren, weil das ist die Zukunft. Und in jungen Jahren werden meist Fundamente gelegt, wie sich ein Individuum entwickelt. Und wenn du halt nicht gezeigt bekommst, wie du damit hier umgehen sollst, gehst du nicht gesund damit um, weil wir Menschen brauchen Rahmen. Oder wie siehst du das? Das sehe ich ganz genau so. Das ist bei allem so. Ich würde es nicht unbedingt machen, aber es ist sicherlich auch akzeptabel, mal zu McDonalds essen zu gehen, aber gehe jeden Tag zu McDonalds essen. That's it. That's it. Ich habe den Satz jetzt nicht zu Ende geführt. Ich kann das McDonalds nicht verklagen, aber das weiß jeder, was gemeint ist. Es ist in Wahrheit, Paracelsus war schon ein verdammt schlauer Kerl mit alles ist Gift, die Dosis macht den Unterschied. Ja, definitiv. Da hast du recht. Michi, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr, sehr interessante Gespräch. Müssen wir unbedingt mal wiederholen bei Gelegenheit. Also da stimme ich dir zu und ich danke dir sehr für die Möglichkeit. Und ich fand interessant noch einen Bezug, bevor wir das Ganze beenden. Was du heute gesagt hast, weil genau das Gleiche habe ich auch vorher gedacht und das Ganze wurde jetzt nochmal bestätigt, wo wir das erste Mal so Face-to-Face-Kontakt haben, auch wenn nur via oder wenn leider nur via Video. Meiner Meinung nach, wenn jemand LinkedIn gezielt umsetzt, erfährt man schon recht viel über die Person und das hat wieder was mit dem Thema Kontextdenken zu tun, denn die Art und Weise, wie du auf Social Media kommunizierst in der Regel, wie du dein Content aufbereitst, was dir wichtig ist, sagt sehr viel über die Persönlichkeit dahinter aus und ich habe mich total gefreut, heute vorneweg mich mit dir auszutauschen und austauschen zu dürfen. Das hat mich wieder bestätigt, dass schon, wenn jemand eine Linie fährt und man die Linie gut findet, sagt das in der Regel auch viel über die Persönlichkeit dahinter aus. Und von daher, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, dich auch heute persönlich kennenzulernen zu dürfen. Danke dir, danke dir. Michael Bednorz, ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner, war ein tolles Interview und in Zukunft sicher, wieder hier zu sehen. Ihr schaut zu bei der 27. Linkt in Show mit Datenschmutz und wir nähern uns mit riesigen Schritten dem Ende der Sendung und wie Stammseher bereits wissen, bevor der Stream abreißt, kommen hier an dieser Stelle selbstverständlich Ride on. Die Status Updates der Woche, unsere beliebte Rubrik und hier zum letzten Mal die Ankündigung, ich freue mich wahnsinnig drauf, morgen wird es ernst im Saturn Tower bei Jutel mit LinkedIn Like a Boss, Marina Zajarz, Britta Behrens, Thomas Herzberger und mir. Euch erwartet ein dichteres Programm beziehungsweise die Teilnehmer erwartet ein dichteres Programm. Check-in ist um 12.30 Uhr um 13 Uhr geht es los. Bis 18 Uhr hört ihr alles über Social Selling, Digital Brand Building, Storytelling und Content Strategie mit LinkedIn und anschließend fahren wir dann rüber zum LinkedIn Apero in den Nike Flagship Store. Wir sind ausverkauft bis auf ein Ticket, falls ein Schnellentschlossener oder eine Schnellentschlossene morgen noch gerne dabei sein möchte. Link gibt es gleich in den Shownotes und wenn ihr beim Checkout den Code Datenschmutz10, Datenschmutz10, alles kleingeschrieben eingebt, dann gibt es 10% auf den Ticketpreis. Also wie gesagt, einen Platz hätten wir morgen noch. Drinks sind dort, die Brötchen sind bestellt. Wir sind sehr motiviert und ausgezeichnet vorbereitet und freuen uns sehr auf morgen. Ja, apropos morgen. Nach der Masterclass geht es dann in den Nike Flagship Store zu einer Kennenlernrunde. Ich habe mich ja hier weit aus dem Fenster gelehnt, war aber heute schon einkaufen. Brost. Nicht Brost Production. Freshnet mit Pflughörer so. Nettes Networking, Unterhaltung, LinkedIn Apero Afterwork. Morgen. Es gäbe hier noch acht freie Plätze, wenn ihr euch gerne anmelden möchtet. So, Multitasking Galor. Dann poste ich jetzt einfach mal beinhart während der Sendung den Anmelde-Link hier in den Stream. LinkedIn Apero. Also morgen ab 19 Uhr im Nike Flagship Store auf der Regilferstraße in Wien. Freut euch auf einen Kurzvortrag von Christian Spanig. Ich werde ein bisschen was erzählen und ansonsten gemütliches Abhängen. Minus 20% Sonderverkauf. Blaue Drinks. LinkedIn Apero. Der erste. Morgen in Wien im Nike Store. Was hat sich sonst noch getan auf unserem Lieblings-Business-Netzwerk in dieser Woche? Robert Seger hat heute seinen ersten der drei Tipps von Heiner Events sehr, sehr erfolgreicher Grow Together Challenge gepostet. Also die funktioniert so, dass man nominiert wird und dann postet man drei Tage hintereinander jeden Tag einen Tipp aus seinem Bereich. Roberts erster Tipp sei am Anfang ruhig. Er rät hier bei Präsentationen die ersten zwei, drei Sekunden erstmal still zu sein, aufs Publikum wirken zu lassen und nicht sofort loszusprechen. Bin schon sehr gespannt auf die weiteren Tipps. Ich habe meine drei Tipps Montag, Dienstag und heute abgesetzt. Findet ihr auf meinem Profil. Annika Dannenbaum hat mich nominiert. Einer ihrer Tipps, ihr dritter Tipp ist Lächeln macht wirklich sehr viel aus. Müsst ihr mal beobachten an einem Tag mit schönem Wetter, speziell wenn es länger grau oder regnerisch war und die Leute dann gut aufklick sind und lächeln. Das macht gleich eine ganz andere Stimmung überall im Supermarkt, an der Uni, in der Stadt. Lächeln, lächeln, lächeln. Man muss kein Lach-Yoga-Meister sein um trotzdem gerne, oft und ausführlich zu lächeln. Auf eine sehr interessante, zu mir das theoretisch sehr interessante Verbindung von Bing, Bing, das ist diese Microsoft-Suchmaschine, die niemand benutzt, hat mich Tom Paulson hingewiesen. LinkedIn Profile Targeting, Microsoft Bing, da gibt es Advertising, das funktioniert im Wesentlichen ganz genauso wie die Google AdWords, also man bietet auf bestimmte Suchbegriffe und beim Targeting gibt es hier ab sofort die Möglichkeit, die Profildaten von weltweit rund 600 Millionen LinkedIn-Nutzern zusätzlich zum Targeting zu verwenden. Ich habe mir das nicht im Detail angeschaut, das wäre mega spannend, wenn Bing Google wäre, aber wie gesagt, als ich sage mal Nischen, Suchmaschine als Minderheitenprogramm, Suchmaschine wahrscheinlich nicht so das Killer-Feature, aber ein interessanter Hinweis finde ich, in welche Richtung sich da Synergien ergeben und noch Synergien ergeben werden zwischen LinkedIn und dem neuen Besitzer der Plattform, dem recht neuen Besitzer der Plattform, eben Microsoft. Markus Herrlin, Head of Sales Consulting and Strategic Sales Management bei Hayes, hat eine Jahreszusammenfassung gepostet, er schreibt hier, was ich in einem Jahr über Social Selling in B2B gelernt habe. Erster Punkt, ihr sollt wissen, wer eure Zielgruppe ist und was ihr bei ihr erreichen wollt, super, super wichtig, dann folgen noch ein paar weitere Punkte, eine ganz kurze und sehr, sehr konzise Beschreibung, guter Einstieg ins Thema, ja, die 10 Gebote sind es 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, die 12 Gebote des Social Selling. Günter Wagner, mit dabei bei OnPoint, hat in seinem Statement geschrieben, es läuft ja gerade die zweite OnPoint-Runde zum Thema BGE, bedingungsloses Grundeinkommen, wenn du wirklich das machen möchtest, wofür du brennst, dann muss es vom Einkommen entkoppelt sein, sehe ich ganz genau so und ich denke, es ist auch zu einem hohen Grad eine pragmatische Frage, die 12 Statements sind online, wie bereits letzte Woche angekündigt, Link zum Artikel folgt auch gleich in den Shownotes, da findet ihr unter anderem Clemens Bauer, Irene Klooby und ich, wir organisieren die OnPoint-Debatten, eben Günter Wagner, wie erwähnt, Hakan Cengiz, hat ein Video-Interview gedreht mit Ulrich Buchholz, Inge Walter ist dabei, Laszlo Völdesi, Pascal Fahni, Petra Lober, Sandra Kiel, Stefan Reif, der Gewinner unserer Vorrunde, Vanessa Wasmuth, ja, es gibt auch die OnPoint-Gruppe, da könnt ihr gerne beitreten, die zweite Runde ist im vollen Gang, neue OnPoint-Runde folgt dann im März. Marina, mit der ich morgen gemeinsam auf der LinkedIn-Like-a-Boss-Bühne stehen werde, hat einen Artikel mit dem Titel Wann gehen meine LinkedIn-Post endlich viral und viral, viral unter Anführungszeichen, veröffentlicht, auf, abgesehen von den großartigen Illustrationen her, Superkräfte-Portfolio, Ziele und so weiter, solltet ihr diesen Artikel unbedingt lesen, er ist nämlich verdammt gut. Ich glaube, LinkedIn mag mich nicht, fängt Marina hier an, verkündete mir neulich eine Freundin, das hört man ja öfter mal und sie erklärt dann ganz genau, woran es liegt, Positionierung, Themen und Botschaften, ja, Konsistenz lautet hier das Stichwort. Es ist unglaublich, wie viel wirklich spannende, gute Inhalte man auf LinkedIn findet, wenn man etwas genauer hinschaut oder sich jede Woche die Status-Updates der Woche zugemüter führt. Und damit, meine Lieben, nähern wir uns jetzt tatsächlich dem unausweichlichen Ende des Livestreams. Wir sehen uns morgen beim Aparo. Ich sage Dankeschön fürs Dabeisein. Ausnahmsweise heute Mittwoch, also ist morgen Donnerstag und erst übermorgen linkt Friday und zwar bereits der 32. Der Linkt Friday eilt dieser Sendung also um fünf Runden voraus, könnte man sagen. Danke, dass ihr dabei wart. Nächste Woche wieder ganz normal am Donnerstag um 16 Uhr. Ich werde diese Sendung morgen auch wiederholen. Danke fürs Dabeisein. Freut mich, dass ihr zugesehen habt und ich freue mich noch mehr, wenn wir uns morgen bei der Masterclass oder anschließend beim LinkedIn Aparo sehen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ritchi, raus!